Moin. Hallöchen. So, dann machen wir mal weiter. Im Text. Achso, ich hab keinen... Ah, ich hab keine Steine mehr. Haben wir noch irgendwo Feuersteine? Hast du Feuersteine? Hm. Ich kann mir keine Axt mehr bauen. Ich bring das Bison mit. Was? Ja, du kannst die mit locken. Wie denn? Indem du die fütterst, dann laufen sie die hinterher. Okay. Das wusste ich nur nicht, ja? Hier ist mein Locksuit. Ich hab meinen Locksuit wiedergefunden. Ich bin so glücklich. Sache ist, dass ich wahrscheinlich hier die Nacht übernachten muss. Ach, ja. Genau. Dann werde ich uns mal einen Probierwaben in der Nähe bauen, ne? Oder soll ich uns lieber Wundverbände bauen damit? Naja, ein paar Verbände wären sinnvoller. Ich muss ja mal wieder Blumen pflücken. Hunde? Blumen. Ich hör Hunde. Dann renn weg. Ach, ne. Das ist ein Frosch, der sich mit nem Maulwurf haut. So geil. Auch nicht schlecht. Okay, ich hör gar nicht. Da prügelt sich der Frosch mit nem Maulwurf. Das hab ich aber nicht gesehen. Voll freut dich der Mitte wieder. Ja. Das erheitert mein Gemüt doch sehr. Jungs, das wird's dunkel. Ja, ich schaff das nicht mit dem Bison. Das braucht so lange. Lange. So, na dann Wundverbände. Dann, einmal hier hin. Überleben. Honigumschlag. Ach, jetzt rennt Bison. Mein Gott. Ich lag schnell. Wie kannst du haben? Du brauchst doch Honigumschläge, oder? Damit kann ich mich jetzt heilen, ja? Ja. Oh, das hat echt was gebracht. Jetzt aber leider der, das Papyrus alles. Das heißt, ich bräuchte jetzt quasi ein neues Papyrus. Dann müssen wir nachher mal Papyrus fahren gehen. Nach der Nacht. Hast du irgendwie Feuersteinung? Ja. Das ist ein Steiner. Oder? Einen. Ich glaube, ich brauche noch einen für Holz. Ja, genau. Ah, das ist voll Mond. Oh, wundertwäschlich. Ich kann sammeln in der Nacht, während das Bison hier schlägt. Das heißt, wir haben diese Nacht keine Sorgen? Richtig. Jo. Das ist gut. Und wie gesagt, ich bringe das Bison mit, also haben wir dann nochmal ein bisschen Verstärkung, wenn wir angegriffen werden. Dann hoffe ich, dass wir später noch ein anderes Bison finden und gegebenenfalls... Das Einmarschilf habe ich schon mal gefunden. Eine Bisonzucht aufmachen können. Eine Bisonzucht aufmachen können. Ja. 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 Herrlich. Ja. Und jetzt sterben wir. Das hab ich nicht vor. Sammel Honig wie Sau. Ah, ne. Da fäng ich doch lieber wieder weg. wenn es dieser mal ein bisschen schneller machen würde ihr glaubt ja nicht was passiert ist ist gestorben nein ich habe mit den tag spitze ja dann hat sie den tag glaube ich jetzt die spinnen haben sie gekillt da ist noch eine ich bin gerade das hätte schon sagen können ja ich versuche och jetzt beeil dich doch mal bison ach das kann nur um jahre dauern wie ich das oben hab bei uns ich bin jetzt ungefähr überraschbar die helfe so ich muss wieder weg rennen obwohl ich könnte ihn eigentlich töten kannst du ein lochzug nehmen ich hab ne tentakel spitzhacke das ist ja geil das ist ne gute bach auf jeden fall ich hab sie sogar zweimal so einmal kann ich da abgeben ich hatte doch ein hammer ne hatte ich nicht scheiße ich will hammer jetzt dein und gras geht mir dafür gras habe ich leider keins so ich habe jetzt noch acht mal spinntrüsen gefunden also wir haben jetzt insgesamt elf spinntrüsen ja dann gucken wir ob du irgendwie die heilsalben bauen kannst einfach irgendwas verbrennen geschnittenen schildschild haben wir jetzt auch holen schnack ist geil oh die heilen gut die heilen gut ich habe jetzt keine wundsalbe mehr das wird werden hundschnack jetzt gemacht dann brauche ich erst gar nicht ich habe hier noch eine hunde zahlen ich weiß nicht wofür der gut ist damit kannst du stachelfallen bauen aber das ist gleich durch mein trip mit dem visor habe ich mittlerweile schon zehn dumm gesammelt hier nimmer nimmer die waffe warum wofür ich habe nicht mehr ja dann lass es dir da liegen kann ich verduren weil ich brauche gleich ach so ich kann das andere auch gleich mal mit ich bestücke beide dinger hier beide beide kochtöpfe mit beeren mit honig und was muss dann da rein beeren fleisch nicht gleich einfach nur fleisch es gibt gut feuer ist nicht gut ich bin nur bei 82 leben hier geht es wunderbar prächtig ja ich bin bei 26 wenn mich in der nacht spinnen angegriffen haben ja wenn du zurückkommst kriegst irgendwie fleisch reinbauen und dann kannst du dich heilen also ich bin jetzt bei dem unteren grasfeld wo die hasen sind ich muss gerade dann gras holen damit ich relativ zeitnah mir einen hammer bauen kann doch jetzt beeilte ich doch nur diese ich gehe ein bisschen feuersteine fahren hier drei tages austritt mit den scheißviel mehr hasen und ein hase und ein ich habe mehr hasen ich sammle mal hasen ein nicht bestimmt äußerst unangenehm wenn dann der winter kommt was schon ziemlich jetzt bald sein dürfte kann man nicht das bison scherb kann man mit einem rasierer dafür brauchst du Flint und noch irgendwas was 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 hat wenn hat Oh, das ist gut, danke. Aber ich bin gerade kurz vor dem Vorhungern, das ist jetzt gerade ein größeres Problem. Hier ist was im Kochtopf. Wobei das eher für Martin ist, damit er sich heilen kann. Da kannst du mir was anderes machen. Also ich habe einmal Fleisch, dreimal Beeren, da kann ich doch hier sonst... Da kannst du dir im Kochtopf was bauen, richtig? Na dann, auf zum Kochtopf. Da liegt schon was drin. Ach so. Na du kannst ruhig, ja klar, pack einfach dazu. Mach das Feuer an. Ist an. Wo ist jetzt das Fortbezeug hier? Hallo. Da ist er. Morgen. Oh, das ist der, das ist geil. Ja, das Zeug ist gut, oder? Ich habe jetzt noch zweimal, warte, nicht zusammenbauen, bitte. Hast du jetzt schon voll gemacht? Äh, nö. Brauchst du Haken gleich oder so? Ja. Ich habe einmal drin. Wir müssen. Zweimal bitte. Zweimal. Ich habe nur noch zweimal, äh, Koning. Ja, mit den, was weiß ich hier. Boah. Ach, verpiss dich. Oh, Stein. Ja, doch, das hat gleich mit 20 Lebenspunkte geheilt. Ja, ist gut, oder? Ein endothermes Feuer, das könnten wir später irgendwann noch brauchen. Ja, durchaus. Sieh alles, endotherme, voll auf Kube. Krass. Also, zwölfmal Scheiße habe ich jetzt. Na dann, formen. Ja, die Bauerstattung. Ich muss einmal das Bison hochlegen. Endlich. Hammer. So, jetzt hole ich schnell das Bison. So, ein Hammer. Genau. Ne, ich habe einen Hammer gebaut, alles gut. Aber ich brauche ja auch noch einen Hammer. Hier ist der Wettchen hier. Bison, Bison, Bison. Ich will die Skelette noch kaputt machen. Danke, Lauf. Komm. Ach, ich will es mehr, aber das. Aber wenn wir das Bison hier haben, wenn es dann eine Faunstimmung kommt, dann haben wir ein Problem. Naja, ich will es ja hier aufs Weidefläche bringen. Dann musst du aber noch ein Bison finden jetzt. Ja, das ist die Sache. Düngen, 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 düngen. 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 Da kann ich nicht gehen. Schade. Dacht jetzt nicht. So, wie sieht es mit deinem Leben aus, Dieb? Ich bin bei 71. Ich bin bei 47. Na dann nimm du das zweite... Ja, ich will nur gerade die Pfeilen hier überprüfen. Und ich schau mal, wo ich Honigwaden bauen kann. Was ist denn für Trauer? Bretter und Bienen! Oh, fuck! Nein! Ja, für die Bienen hast du ja ein Netz zu fahren. Richtig. Na dann, dein Netz. Wo kriege ich jetzt ein Netz her? Und bei Kampf. Marmorfüstung, geil! Eine geistlose Drohne. Mhm. Sehr hübsch. Ach nee. Ich hab genug für normales Feuer. Ich geh weiter auf Bienenjagd. Macht das! Happy Game, ich hoffe, du geht's gut. Du bist da echt ein wichtiger Bestandteil. Na ja. Ich mag mich! Und was? Ich wollte nur was dazu sagen. Hat man schon gemerkt, dass du einfach nur was dazu äußern wolltest. Okay. Du, ich könnte eine Zahnfalle bauen. Sehr schön. Dann tut das auch. Und was bringt die? Für die Hunde oder was? Richtig. Aha. Ich hab auf jeden Fall eine Zahnfalle gebaut und die lege ich hier mal unten aus. Bis wir uns schon wieder selber reinlatschen können, da bin ich mir grad unsicher. Also ich kann drüber natschen und es passiert nichts. Sehr gut. Ich kann eine Marble-Biene machen. Was kannst du? Eine Marble-Biene. Beziehungsweise. Ähm. Ja, da kannst du mehr oder weniger normales Holz und Marmor verwandeln. Verwandeln. Krass. Und das kannst du bauen? Ja. Und dann Feuer frei? Was brauchen wir? Marmor. Für Marmor-Rüstungen. Es gibt eine Marmor-Rüstung? Ja. Auch. Gleich unter dem Blockshut. Also gleich unter der Holzrüstung. Hm. Ey, wo sind das Bison hin? Die dann nach Hause gegangen. Ja. Das scheint wirklich so zu sein. Nein, renn nicht weg, Bison. Bleib bei uns. Wir haben keine frische März. Ich habe keine Biegen gefunden. Leider. Au. Apropos. Ich sollte vielleicht mal zurückgehen. Ähm. Ah, es sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Hat jemand Stein für mich, dann kann ich nur Farben bauen, eine größere. Wir haben in der Truhe mehr als genug davon. Sollte zumindest sein, ja. Die Sache ist, ich habe nur 16 mal Scheiße. Ja. So, darf ich mich an den... Ich habe noch 2 mal. Okay. Ja, wie viele Farben kann ich denn damit machen? Nein, das ist nicht. Ach ja. So. Wie viel Holz haben wir denn? Genug. Steine haben auch genug. Ähm. Ich kann dir hier Bären hinlegen. Vielleicht brauche ich doch was, ähm. Na. Was, was, was. Kommt gar nicht vor. Vielleicht ist es. Wo ist denn das scheiß Backnetz, Alter? Ich werde mal hoppen. Wo ist dieser Mist? Wow. Und ein Wärmestein kann ich auch basteln. Oh. Mhh. 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 Mondsteinmauer. Halt den Mondsteinbett... Mhh. Ich muss. Mhhh. Mhh. Es kackt uns jeder Biest dann ins Lack oder was. Mhh. Na ja, passt doch. Sss. Ich finde, Tatsache, absolut keine Möglichkeit. Was? A useful preservative, was? Der pennt hier direkt neben seiner Scheiße ein, halt klar. Ach, sieh, ist denn mitklappt? Nein, ich wollte die Scheiße haben. Da musst du jetzt mit klarkommen. Das habe ich so mühsam hochgezogen, das Bieser. Das tut mir leid, ich wollte es gar nicht haben. Der wollte nur die Scheiße einsammeln. Weil, hast du das Vieh echt mit einer Schaufel gehalten? Ja. Wie kann man denn ein Vieh mit einer Schaufel hauen? Ja, Steve kriegt das hin. Ich wusste nicht mehr, was das... Scheibbar. Ich wollte doch nur die Scheiße einsammeln. Was ist das, Harte, ey? Mehr als Harte. Da haut der ein Bieser mit einer Schaufel. Könnt ihr mal das Feuer auf-anzünden wieder? Also. Ja, warte. Kommt da mal aus der Scheiße rauskriegt. Ja, irgendwann beruhigt er sich ja wieder. Ich muss doch lange genug im Kreis laufen. Da haut der das Bieser und anhört, da wärst du nicht klappt. Nee, nee. Das war ja nicht mit Absicht. Ja, ja. Also, drei Farben konnte ich bauen. Sehr gut. Hast du Samen? Hab ich schon gesagt. Oh, endlich Tag. Jetzt kann ich weiterlaufen. Ich komm' darauf nicht klar, ne? Hast du auch schon gedüngt? Nee, das musst du nicht, Mitja. Mitja, das musst du nicht. Hast du auch schon gedüngt? Nee, nee, gedüngt, äh, gedüngt, äh, gedüngt, so. Na, dann baue ich mal ne Marble Beam, ne? Ah, hat sich wieder ruhig, sehr schön. Lieber früher als zu spät. Äh, soll ich noch ne Marble Beam bauen? Ja, ich mach' noch eh ne. Kannst du? Ja, ne? Na dann, voll. Vor allem, ich denke, nur ein Scheißstück, äh, hm, 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 hm. Ja, nicht mehr so frisch. Ja, aber ich bin dumm verprägen. Ey, ja, der hat sich beruhigt. Ich muss ja bloß merken, wo er ist, dass ich ihn wieder zurückholen kann. Scheiße, 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 wir brauchen richtig viel Kot. Kot, ha, Kot. So, ich hol ihn mal wieder. Eine Bienenbiene, geil, hier gibt's Sachen, ey. Und das kostet fast nichts, ich brauche einen Scheiß, wo ist dieser verdammte Köscher? Ich werd noch blöder. Das Witzige ist, er hat mich nicht einmal getroffen, trotzdem hab ich nur noch 40 Schläten. Ist doch einfach doof. Kann mir irgendjemand sagen, wie, wie ein Köscher geht und wo der ist? Keine Ahnung. Ich guck mal. Ich hab noch nie 14 Tage mit euch zusammen überlebt. Was, von 14 Tagen? Ja, ist ja mal ein Befeil. Kebernetz, weil du brauchst drei Spinnennetze, ein Seil und vier Stickies. Haben wir sowas? Also ich hab noch ein, einmal Spinnennetz, Seide. Ach, wir haben genügend Seide. Cool, Lio. Dann geh ich demnächst auf Fienjagd. Warte, Seide. Und was brauchen wir jetzt noch? Okay. Ach, Sai. Okay, mal bereit dir. Soll ich mit auf Bienenjagd gehen? Möcke? erst mal morgen machen sonst haben wir kaum noch zeit das machen wir dann wieder die bese doch gleich hier gibt es nicht mehr die habe ich einfach schon weggenommen aber der tag ist einmal um bist du bevor weisen sind die nächsten wie bist du das wir machen uns miniatur feuerchen warte ist hier nicht mehr hier ist dann doch wieder in da wir sind falsch unterwegs mein fähler verbringen das ist ja jetzt schwachsinnig ich versuche gerade noch ein bison zurück zu bringen kommen wir mal ins lager zurück ja ansonsten lasst das bison dort sein vielleicht wird mir irgendwie eine effizientere lösung der ist ja gleich hier in der nähe mein die kacke die brauchen wir vor allem wir haben ein flint wir haben überhaupt kein flint mehr doch doch ich habe welche mitgebracht warte ich kann auch noch einiges ich frau auch die nack okay mal wieder ein bisschen flint da haben wir doch den wachs was mit dem wachs los das habe ich das mal dahin gelegt weil ich jetzt einmal gebaut habe da müssen unbedingt die folgen hier loswerden wir werden böse warum das denn weil ihre väter keine ahnung uhren waren richtig kannst du nicht sagen jeden fall werden die böse die musste dann immer kloppen das ist auf jeden fall sehr sehr ratsam die wegzunehmen so vieles mal klauen werden die ganz so ernst oder sie was eben ein auge auf den kopf und dann sind diese viele viele kleine freundlich raus so was wie ein spinnhaar das äußerst äußerst unangene kloppen naja dann ist mal neue wir haben kaum noch was zu guttern leute wird langsam eng okay ich habe eine raunensuppe gemacht alter guy alter guy da kommt jetzt alles hoch komplett hier ich bin jetzt bei 61 ich bin bei 149 ich bin bei 22 dann kriegst du das nächste kann leider nur ich brauche nur zwei berries kann sonst nur eine monster lasagne machen ich habe noch einmal monster fleisch einmal bärie habe ich da hingelegt und einmal bärie kann auch nicht rein tun sobald den kopf verlassen hast du ja also eine monster lasagne ja aber da ist doch noch ein bär ja aber dann kommt ja nichts geschreitet raus aber unsere bärbüsche dürften ja bald oder ja die müssten wieder wir könnten nochmal langsam mal wieder die fallen untersuchen ja weil die müssten nochmal wieder abgeerntet werden ja 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 wir könnten dann die folge mal auch wieder ja wir sind bei 27 minuten mal wieder ja man nimmt mit diesen bing phlegter FEEL Fbros naja gut dann bis zur nächsten folge guck guck guck. und so ist nur ist das als fall noch Hoe die sein haben und Desde wir auch tun. Na dann Jungs, Mädels, tschüss. Ja, tschau.